Der letzte Smash Bros Charakter, wer wird es sein? Ich frage mich auch, wenn sie vielleicht so einen eigenen Smash Charakter rausbringen, so fürs Finale mäßig. Oder wird es wirklich irgendjemand von so einem Third Party Ding sein? Oh shit, Alter. Der letzte Smash Bros Ultimate Charakter aller Zeiten. Wer wird es sein? Ich bin so gespannt. Auf einmal ist es so wirklich Waluigi. Dann hätten sie wirklich das Game mit dem dicksten Meme aller Zeiten beendet. Konnichiwa, Alter. Das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Fürs erste. Guck mal, wie er da mit seinen vier Pro Controller einfach flexet, Digga. Ich gönne es ihm, ich gönne es ihm. Okay, kommen jetzt Mii-Kostüme? Ah, okay, nice. Was sind die letzten Mii-Kämpfer-Kostüme? Da kann auch nochmal schön viel Fanservice jetzt kommen. Was von Splatoon? Ich kenne mich nicht mit Splatoon aus. Es ist der Octoling. Octoling, wahrscheinlich einfach nur ausgesprochen. Der Miez-Richter. Ich wette, wäre ich im Splatoon-Game, würde mich das bestimmt auch hypen. Was geht jetzt ab? LOL! Wie nice! Salz auf! Ey, die Musik! Einfach der Doom Slayer, what the fuck? Was? Junge Smash Bros. mit Doom-Musik. Das war eine richtig gute Wahl für die letzten drei. Besonders der Doom Slayer. Der hypt mich persönlich sehr stark. 2018.3. Dreieinhalb Jahre. Ich war damals... ...16. Ja, Alter, Bruder, ich habe die ganze Schulzeit mit Smash abgeschlossen. Das ist so weird. Jetzt bin ich arbeitslos. Geil. Sakurai ist stolz. Man sieht das richtig in seinem Gesicht. Oh mein Gott, Alter, ich bin so aufgeregt. Was? Nicht jetzt! Ausgerechnet jetzt gehen meine AirPods kaputt. Digga, die wollen mich doch hops nehmen. Oh mein Gott, wie sie alle da stehen. Schaut euch an, wie viele Charaktere das sind. Okay, das Smash Bros. Logo erlicht. Das Ende ist gekommen. Und alle sind tot, was? Alle sind wieder Statuen. Hä, was geht jetzt ab? Warte, vielleicht ist es auch gar kein Fighter, der jetzt rauskommt, sondern Story-Modus. Flamme? Oh mein Gott, ist das auf episch angelehnt, Digga. Hä, was kommt denn jetzt? Flamme, was ist das? Es ist kein Waluigi. Also wenn jetzt noch Waluigi kommt, dann lösche ich meinen Kanal. Es ist tatsächlich Soda! Es ist tatsächlich Soda! Was fucking ging, was? Was? Als ob das ernsthaft der letzte Fighter überhaupt sein wird. Oder jetzt kommt Donald Duck raus. Aber sie haben das ja richtig episch gestaltet. What the fuck? Alter! Fucking Soda! What? Da kriege ich sogar Voice Cracks. Warum kann er fliegen? Wehe, er kann im echten Game auch fliegen. Dann wird er direkt gebannt, Digga. Viel zu op. Also ich persönlich bin nicht der größte Kingdom Hearts Fan. Ich feiere die Reihe, aber ich bin jetzt irgendwie nicht so ein Fan oder so. Aber er ist schon passend. Er ist schon geil. Und ich weiß doch, dass viele ihn sich gewünscht haben. Digga, was? Ich wünsche, Donald Duck wäre spielbar geworden, Digga. Mein favorite Character aus der Kindheit. Ich glaube, die meisten Leute wären vielleicht sogar noch mehr gehypt gewesen, wenn tatsächlich Waluigi der letzte Charakter gewesen wäre. Ah, stimmt. Da habe ich auch abgestimmt. Was? Das war die erste Auswahl? Als ob Soda. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Sorry, Waluigi. Aber Soda scheint offenbar noch beliebter zu sein als du. Dazu muss man sagen, ich war schon mehr als zufrieden mit Terry Bogart in Smash. Weil Terry Bogart ist mein Lieblingscharakter von irgendeinem Fighting Game. Jetzt bin ich mal gespannt, was er drauf hat. Seine Anime-Frisur, ne? Ich glaube, ich kenne niemanden, der eine noch mehr Anime-Frisur hat als Soda. Yo, wie hoch springt er denn? Das ist ja voll wie bei Mewtwo. Oh, so cool. Digga, wie er das aufhängt. Als wäre so Smash Bros. tot. Ab jetzt ist nur noch Soda. Komm mal, er ist voll der Soda-Fanboy. Oh, okay. Aber kann man sich dann noch retten? Was ist seine Abbie? Digga, Soda, der Frauenschläger. Geht gar nicht klar. Ja, als ob man das immer wieder abschießen kann, okay. Ist ja einfach ein schnelles Hado. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich eher gut zum Retten, ne? Ja, ja, das ist absolut so eine Rettungsattacke eigentlich. Aber dann frage ich mich, was ist denn jetzt die Abbie, die eigentliche Rettungsattacke? Okay, Tornado. Ist nicht zu hoch. Was? Man kann das kombinieren? Guck mal, guck mal, was der alles kann, Junge. Der kann alles einfach Off-Stage machen. Drei Sandwiches, einmal kurz meine Mom back. Und dann kommt er trotzdem noch irgendwie zurück auf die Stage. Der wird richtig gut im Edge Garden sein. Ein kleiner Scherzkick, dieser Sakurai. Das ganze Roster, da ist es zu sehen. Unglaublich, wie weit Smash Bros. Ultimate gekommen ist. Alle Errungenschaften des Spiels zusammengestellt. Okay, let's go. Mehr als 2,2 Milliarden Stunden wurden gespielt in diesem Game. What the fuck? Alter, ich möchte meinen Dank aussprechen, Sakurai. Wirklich, das war die größte Kollaboration von allen Fighting Games. Tschüss, Sakurai. Du Ehrenmann. Oh, ich muss mich strecken. Oh, ich bin heute um 16 Uhr aufgewacht. Jungs, mein Schlafhumus ist wirklich so im Arsch, ne? Ich war gestern um 3 Uhr nachts pennen. Und trotzdem bin ich heute um 16 Uhr aufgewacht. Könnt ihr mir sagen, was bei mir schief läuft? Und zum Finale schütteln sie sich nochmal die Hände. Das war Smash Bros. Ultimate. Was ein episches Finale. Liken, abonnieren, Glocke. Und folgt beim Twitch.